Jetzt geht's los! Wir machen gemeinsam ein Zoom zum Thema Hashtags. Wieso? Weshalb? Hashtags. Wo sollen sie rein? Wo dürfen sie nicht rein? Bringen sie was? Yes! Das ist nämlich der Wegweiser für den Algorithmus und für deine Follower bzw. Menschen, die das Thema, was du zeigst, auch interessieren könnten. Und deswegen ist es auch ein ganz wichtiger Punkt, darüber zu sprechen. Und wir sammeln ja hier auch schon alle Fragen und wenn du spontan Fragen hast, kannst du natürlich im Zoom alles fragen. Die Frage ist, wann machen wir den? Wir machen den abends und wir machen den am Wochenende und nicht dieses, sondern das nächste Wochenende, Samstag oder Sonntag. Ich packe dir unten einen Link rein, einen sogenannten Doodle-Link. Und dieser Doodle-Link, da kannst du sagen, wann du Zeit hast. Kannst du alle nehmen oder nur einen oder wie auch immer. Und da, wo am meisten können, na klar, den Termin nehmen wir, dann kommt der in den Kalender, der Zoom-Link kommt rein und dann legen wir los und dann kriegen wir das mal richtig auf die Reihe, damit du auch wirklich weißt, wieso, weshalb und wie du es richtig machst. Check. That's it. Von da nach da. Ich freue mich drauf. Rein hauen.